Großer Zapfenstreich in Berlin. Soldaten des Wachbataillons und des Stabsmusikkorps marschieren zum höchsten militärischen Zeremoniell der Bundeswehr am Bändlerblock auf. Eine perfekte Choreografie. Doch wie viel Arbeit steckt dahinter? 24 Stunden zuvor in der Julius-Leber-Kaserne. Kompanien des Wachbataillons üben in kleinen Gruppen die einzelnen Bestandteile des anstehenden Zapfenstreichs. Erfahrene Kameraden wie Marcel Schmidt unterstützen sich gegenseitig, korrigieren kleine Mängel. Weil wir seit letzter Woche Donnerstag die neuen Kameraden bekommen haben, die haben die Brottager bestanden und wir müssten die jetzt auswählen für morgen, den großen Zapfenstreich. Und damit sie keine Fehler da morgen machen, deswegen bilden wir die heute aus. Damit die Abläufe präzise und synchron funktionieren, müssen die Beteiligten intensiv üben. Die Soldaten sind am nächsten Tag Teil der Waffenzüge. Jeder hat ein Gewehr, einen sogenannten Karabiner K98k bei sich. Auch für die Routinierten wie Jörg Schlomm bedeutet ein großer Zapfenstreich immer körperliche Belastung. Der Formal ist eigentlich schon anstrengend. Wir stehen da morgen knapp eine Dreiviertelstunde im Stillen gestanden. Man muss seinen Kreislauf innerlich schon sehr trainieren. Zum Beispiel das trainiert man am meisten, wenn man längere Zeit steht. Und sonst geht man sich hin. Zeitgleich üben andere Soldaten des Wachbataillons, welche am Folgetag als Fackelträger eingesetzt sind. Im Schwerpunkt trainieren sie die Abläufe in der Formation. Besonders beim Ein- und Ausmarschieren werden die Augen der Zuschauer auf sie gerichtet sein. Alle Bewegungen müssen synchron verlaufen. Eine weitere Anforderung – langes, kontrolliertes Stehen. Was so einfach aussieht, ist in Wirklichkeit eine echte Anstrengung. Für Baris Czabuk hat das viel mit Selbstdisziplin zu tun. Es ist anstrengend, zumal man als Fackelträger sich nicht viel bewegt, weil man ja immer nur die Fackel hält quasi. Und da wird es dann im Zeigefinger schnell mal kritisch nach einer Dreiviertelstunde oder so. Aber irgendwann blendet man einfach alles aus und dann konzentriert man sich einfach nur noch. Und dann spürt man auch keinen Schmerz mehr oder so irgendwann. Zeitsprung, Ortswechsel. Drei Stunden vor dem eigentlichen großen Zapfenstreich gibt es eine Generalprobe mit allen der rund 300 Soldaten gemeinsam. Jetzt wird der gesamte Ablauf einmal durchgespielt und das Ganze unter dem Einsatz der Musik. Der richtige Stellplatz, die synchronen Bewegungen, die fehlerfreie Ausführung der Kommandos – alles wird akkurat durchexerziert. Oberstleutnant Patrick Bernardi kommandiert heute den großen Zapfenstreich. Auch nach vielen Dienstjahren ist für ihn dieses feierliche Zeremoniell immer noch etwas Besonderes. Es war eines der ersten Erinnerungen an das Wachbadio und ich habe. Das war 1994. Da habe ich den ersten großen Zapfenstreich gesehen. Und wenn sie in der Formation stehen, die Fackeln riechen und dann die Musik einsetzt, ist das immer wieder ein schönes und erhabenes Gefühl. Die Generalprobe ist soweit geglückt. Dann wird umgezogen, der korrekte Anzug hergestellt. Eine kurze Verschnaufpause für die Soldaten. Ich fühle mich eigentlich ganz in Ruhe. Man soll ja auch nicht aufgeregt sein, sonst macht man einen Fehler. Und ja, alles gut. Die Handgriffe am Karabiner müssen sitzen. Höchste Konzentration bei den finalen Übungen der Soldaten in den Waffenzügen. Nur noch eine halbe Stunde. Ein letztes Mal werden die Uniformen überprüft. Hierfür gehen die Ausbilder durch die Reihen und stellen letzte Mängel ab. Jedes Detail muss stimmen. Bei Baris Czabuk steigt die Anspannung. Jetzt kommt man doch eher schon in eine mulmige Stimmung, weil man jetzt weiß, es geht gleich los. Die Generalprobe ist ja schon gelaufen. Die lief ganz gut soweit. Deswegen denke ich mal, jetzt wird es nicht zu Fehlern oder sowas kommen. Wir haben ja lang genug geübt gestern und heute auch nochmal. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass alles klappen wird ohne Fehler. Mit dem Entzünden der Fackeln geht es nun los. Die ersten Soldaten marschieren aus, stellen sich in einer sogenannten Perlenkette auf. Sie werden den großen Zapfenstreich umrahmen. Alle Gäste sind eingetroffen. Nun marschiert der große Zapfenstreich ein. Ein Spektakel aus Licht und Musik beginnt. Die Reihenfolge des großen Zapfenstreichs ist dann genau festgelegt. Feste Bestandteile sind, neben verschiedenen Musikstücken, unter anderem auch die deutsche Nationalhymne und die symbolische Gelegenheit zum Gebet. Die Formation marschiert aus. Die Soldaten des Wachbataillons haben mit Präzision und Ausdauer General Hans-Lothar Domröse einen würdigen Abschied bereitet. Das harte Üben hat sich gelohnt. Die Soldaten des Wachbataillons Die Soldaten des Wachbataillons